Moin Moin und herzlich willkommen beim Copter College. Ja, vielleicht werdet ihr die nächsten Videos zum Typhoon H schon vermisst haben. Tut mir leid, meine Stimme hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich habe eine kleine Sommergrippe bekommen und die wirkt sich bei mir immer so aus, dass die Stimme dann fast weg ist und ich nur noch ein kleines Röcheln rausbringe. Na, die einen wird es gefreut haben, denen meine Videos sowieso mit viel zu viel Gelaber sind. Ja, und die anderen werden es hoffentlich vermisst haben. Heute möchte ich euch ein Video oder im Video zwei Dinge vorstellen. Das ist einmal das Firmware-Update. Das heißt, wie mache ich ein Firmware-Update für den Copter und dann auch für die Fernsteuerung. Da gibt es aber im Moment noch keins, aber zumindest für den Copter, das zeige ich euch schon mal. Und wie installiere ich die GUI, die Benutzeroberfläche auf dem PC und welche Funktionen kann ich damit ausführen und was kann ich damit machen. Ja, und genau damit möchte ich jetzt einmal anfangen und zwar als erstes einmal die GUI auf dem PC installieren. Das zeige ich euch jetzt einmal, wie das Ganze aussieht. Wir gehen hier also einmal auf die Seite www.unic.com. Ich gehe hier nochmal auf die Startseite, dann seht ihr das, so sieht die Startseite aus. Und hier habe ich dann die Möglichkeit in der oberen Leiste verschiedene Dinge auszuwählen und da gehe ich dann auf Support. Bin ich auf Support, habe ich hier unten die verschiedenen Copter, einmal aktuell den Typhoon H, den H920, die Seago 4 und hier drunter dann die anderen Typhoon Q500 Copter und die entsprechenden Optionen dazu. Hier beim Typhoon H gehe ich dann einmal auf den Punkt Firmware. Ihr seht, hier gibt es noch Tutorials, FAQ, also häufig gestellte Fragen und Manual. Wir gehen hier auf den Punkt Firmware. Hier seht ihr dann schon, welche Firmware-Versionen es gibt. Wie gesagt, da gehe ich dann nachher nochmal drauf ein, wie wir die Firmware installieren und was wir dazu machen müssen. Als erstes möchten wir jetzt einmal hier unten, hier seht ihr ST16, die Fernstörung. Ich möchte hier unten einmal die Typhoon H GUI installieren. Das seht ihr hier unten, Typhoon H GUI for Windows. Ja, und ihr ahnt es schon, es ist dort unten nicht noch ein Hinweis, dass das auch für OS X, also für Apple-Geräte funktioniert. Im Moment ist es tatsächlich so, dass es die GUI ausschließlich für das Windows-Betriebssystem gibt. Also, einmal hier unten auf den Button drauf tippen und dann seht ihr hier unten 13,5 MB, also eine relativ kleine Software, die das ist, oder ein relativ kleines Paket, was wir hier runterladen müssen. Das ist eine ZIP-Datei, die müsst ihr dann letztendlich nur hier im Ordner einmal entsippen, also hier einmal auf Download gehen. Dann seht ihr hier unten Typhoon H GUI Setup, die dann einmal öffnen oder extrahieren, je nachdem. Und dann geht es auch schon los, die sollte sich dann extrahieren lassen, jawohl. Ja, und dann wird die ganz normal installiert, das heißt also auf dem Windows-Rechner installiert mit Doppelklick. Dann kommen noch ein, zwei Fragen, die dann entsprechend mit Ja beantwortet werden, sicherheitsrelevante Fragen. Eventuell habt ihr noch einen Virenscanner drauf und, und, und. Das dann eben alles mit Ja beantworten, damit ihr dann in dem Installationsprozess weiterkommt. Und ihr seht jetzt hier schon, ist die Anwendung installiert. Ich habe die zusätzlich auch bereits bei mir auf dem Desktop installiert. Da gehe ich jetzt einmal drauf. Hier seht ihr das, Typhoon H GUI ist hier installiert. Ja, und damit wir jetzt einmal sehen, wie wir die verschiedenen Funktionen aktivieren können, müssen wir natürlich den Copter mit dem Notebook verbinden. Und das geht über das USB-Kabel. Dazu müssen wir hier einmal unter dem Typhoon H gucken. Und zwar hier an dieser Stelle, ich drehe den hier einmal rum, damit ihr das hier unten seht. An dieser Stelle hier unten, dort, dort ist eine USB-Buchse. Und in diese USB-Buchse muss das Kabel eingesteckt werden. Bitte steckt das Kabel nicht, ihr seht auch hier vorne an der Kamera, auch da ist ein USB-Anschluss. Hier steckt es bitte nicht in den USB-Anschluss der Kamera, sondern ganz wichtig, hier unten in den USB-Anschluss am Copter. Das heißt, ich mache das jetzt einmal, drehe mir das hier einmal rum. Das USB-Kabel, wie gesagt, liegt dem Paket bei. So, USB-Kabel ist hier einmal eingesteckt. Jetzt noch ein ganz wichtiger Punkt. Bei allen Sachen, die ihr Indoor macht und bei allen Sachen, wo ihr Einstellungen am Copter macht, bitte einmal unbedingt die Propeller abnehmen. Denn es könnte sonst passieren, bei irgendeiner Fehlfunktion des Copters, der Firmware oder sonst was, dass plötzlich die Motoren anlaufen. Das möchtet ihr natürlich Indoor auf gar keinen Fall haben, abgesehen davon, dass ihr euch verletzen könnt. Ja, der Copter kann durch die Gegend fliegen und sonst was veranstellen. Das wollen wir natürlich nicht. Dann nehmen wir einmal das USB-Kabel, stecken das dann hier in den Computer rein und öffnen dann einmal hier die Typhoon H-Gui. Ihr seht, der Copter schaltet sich jetzt schon automatisch ein. Ich musste also gar nichts machen, sondern er erkennt automatisch, die Verbindung ist hergestellt. Ich tippe dann einmal hier auf Ja. Er sagt hier auch genauso, dass ich hier einmal eben diesen Anschluss wählen soll. Ihr seht jetzt hier einmal, dass hier unten der Serial-Port ist opened. Das heißt also, die Verbindung ist einmal hergestellt und ich gehe dann hier oben auf die Sensor-Informationen und kriege hier dann die verschiedenen Informationen zu den verschiedenen Elementen des Copters. Orientation-Sensor, EMU-Pressure-Sensor, also der Luftdrucksensor, Kompass, GPS, Speed-Controller, ESC von den Motoren und dann einmal das Sonar hier vorne ist aktiv. Außerdem wird mir die Spannung des Akkus angezeigt. 16,78 Volt heißt 98,6 Prozent Spannung. Und hier werden dann die Beschleunigungssensoren, das Gyroskop und die Orientation mir angezeigt. Ich kann das einmal ganz einfach machen, wenn ich jetzt hier an dem Copter ruckele, dann seht ihr, dass sowohl die Beschleunigung als auch das Gyroskop entsprechende Werte zeigt. Und wenn ich den Copter kippe, seht ihr hier wunderbar in dem Bild, wie auch in der Software der Copter entsprechend oder in der GUI entsprechend angezeigt und gekippt wird. Und genauso, wenn ich ihn drehe, seht ihr, wie sich hier auf der rechten Seite der Copter dreht. Kompass-Werte werden mir angezeigt, dann einmal der Luftdruck und einmal die Temperatur, die wir haben. Das heißt also, alle wichtigen Werte, alle relevanten Werte werden mir angezeigt. Ich habe hier einmal den Speed-Controller-Status und Testing. Da kann ich sagen, Enable Testing. Und jetzt warnt er mich nochmal ganz ausdrücklich, dass ich bitte alle Propeller entfernen soll. Das habe ich ja schon vorher gemacht. Deswegen sage ich, Yes, I have removed all the Propellers. Dann sage ich Yes und dann sage ich All Turn. Alle Motoren laufen an. Und damit ist einmal der Test gemacht. Das heißt also, alle ESC, alle Motoren funktionieren. Ich kann hier auch individuell nochmal jeden einzelnen Motor testen, indem ich einfach mit dem Mauszeiger draufgehe und hier entsprechend die einzelnen Motoren teste und entsprechend individuell anspreche. Dann haben wir als nächstes die GPS-Informationen. Und da wird mir angezeigt, wie viele Satelliten gerade hier vorhanden sind. Ihr seht hier einmal die Info Used in Calculation. Das heißt also, alles, was hier grün ist, wird für die Standortauswertung genutzt. Not Used, das sind die Satelliten, die eine zu geringe Leistung haben oder entsprechend aus anderen Gründen nicht beachtet werden. Das heißt, ich sehe hier dann auch einmal die entsprechende Lage meines Copters. Ich kriege hier alle wichtigen Informationen angezeigt. Device Informations, da ist einmal dann der Copter abgebildet und hier ganz wichtig, seht ihr hier unten die Software-Version. Wir können die natürlich auch auf der Fernsteuerung überprüfen, aber hier bekommt er sie auch nochmal angezeigt. Version 1.14 und das ist eben nicht mehr die aktuelle. 1.15 ist die aktuelle und die werden wir dann auch gleich nochmal installieren. Als letzten Punkt haben wir dann die Einstellung Settings. Und hier haben wir genau zwei Werte, die wir verändern können. Und zwar ist das einmal der Geofence für den Flugmodus Smart Mode. Und wir können einmal das Höhenlimit einstellen. Ihr habt sicherlich die Diskussion verfolgt, ist 122 Meter tatsächlich das maximale Limit? Nein, ich kann das hier in der App eben verändern und habe hier eben die Möglichkeit, ihr seht das, 20 bis 1000 Meter. Ich kann also hier durchaus höhere Werte eintragen. Das heißt, wenn ich hier Freizeitpilot bin, nicht gewerblicher Flieger, die ja sowieso eine Höhenbegrenzung auf 100 Meter für ihre gewerblichen Flüge haben, sondern wenn ich hier Freizeitpilot bin, dann kann ich diesen Wert auf 300 Meter ansetzen und kann somit bis auf 300 Meter den Typhoon H hochfliegen. Und hier, wie gesagt, frei wählbar bis 2500 Meter der Geofence, also quasi der Zaun, der um den Kopf, da um meinen Startpunkt gezogen wird, sodass der Typhoon H nicht weiterfliegen kann. Ich setze das Limit hier wieder für mich auf 120 Meter, sage hier dann einfach Update und Yes. Und damit ist die Höhe dann eben entsprechend auf diesen Wert festgelegt. Das sind also einmal die Möglichkeiten, die ich hier in der GUI habe. Ihr solltet, wenn ihr Probleme habt mit der Kameraausrichtung oder Probleme mit der Lage des Kopters, den Kopter auf eine ruhige Fläche stellen, nicht so wie hier auf den Tisch, der ein kleines bisschen wackelt, sondern auf den Boden stellen und dann einmal diese Werte hier kontrollieren, denn die sollten logischerweise, wenn der Kopter am Boden steht, nahe Null sein. Denn minimale Schwankungen sind immer vorhanden, aber die sollte nahe Null sein. Das heißt, der Kopter würde dann in allen Richtungen waagerecht stehen. Und die Beschleunigungssensoren, da ja nichts am Kopter wackelt, würden auch den Wert Null anzeigen. Gut, verlassen wir einmal hier die GUI, gehen hier raus, können jetzt auch einmal dann das Kabel wieder abziehen, denn wir brauchen für die Firmware-Update nicht das USB-Kabel, sondern das Firmware-Update wird über die MicroSD-Karte gemacht. So, für das Firmware-Update benötigen wir eine MicroSD-Karte. Ich habe mir da eine vorbereitet, eine 4 GB Karte, eine etwas ältere Karte, die ich immer für die Firmware-Updates nutze. Wir bleiben auf der Seite des Typhoon H im Service-Bereich und wie schon eben erwähnt, 1.14 ist drauf und ihr seht, Autopilot ist aktuell die 1.15 mit dem Datum 19.05.2016. Das ist also einmal die Firmware, die wir jetzt auf den Kopter überspielen. Wir nehmen hier einmal die Europa-Only-Version, das heißt, wir sind hier in Europa, deswegen die Europa-Only-Version und ihr seht jetzt hier unten, Typhoon, eine .bin-Datei, also eine Binary-Datei. Wir müssen hier also nichts mehr zippen oder sonst was, sondern wir haben sofort die Binär-Datei. Und diese Binär-Datei, die kopieren wir hier dann einmal auf die MicroSD-Karte drauf, kommt hier unten einmal bei mir in den SD-Karten-Slot einmal rein. Das funktioniert natürlich auch mit einem Apple-Rechner, also mit einem OSX-Betriebssystem, denn das Runterladen aus dem Internet, da ist es völlig egal, ob ich das über Windows oder über einen Apple-Rechner mache, also von daher keinerlei Unterschiede. Wie gesagt, nur die GUI, die gibt es im Moment ausschließlich für Windows. So, dann gehen wir hier einmal auf den Datei-Explorer, auf Downloads und dann sehen wir hier unten, hier ist sie, die Typhoon, Ups, Entschuldigung, Cursor ein bisschen daneben, da haben wir sie, die Typhoon-Bin-Datei, heute runtergeladen. Das ist die Binary, die wir also dann einmal auf die MicroSD-Karte rüberziehen. Hier seht ihr, hier ist meine MicroSD-Karte und da ziehe ich dann einmal die Datei rüber. Hier wird dann einmal rüberkopiert. Jawohl, gucken wir noch einmal zur Sicherheit, ob sie drauf ist. Jawohl, hier ist sie drauf. Dann einmal raus damit. Hier unten einmal in die Kamera, in den MicroSD-Kartenschacht die Karte einstecken. Da sind wir mit großen Fingern immer ein nettes Gefummel, aber funktioniert. Jawohl, Karte ist drin. Dann einmal den Copter einschalten. So, Copter und Fernsteuerung sind eingeschaltet, haben sich auch miteinander verbunden. Ihr seht, ich habe hier das große Sendepult mit dem Kontrollmonitor oben drauf. Das Bild seht ihr jetzt auch, deswegen wundert euch nicht, dass ich da nicht drauf tippe, denn das ist nur der Kontrollmonitor, der kein Touchscreen hat. Ich tippe hier unten auf den Touchscreen drauf, erkläre euch aber genau, was ihr machen müsst. Also, wir haben einmal hier die Ansicht und gehen jetzt einmal hier unten auf Systemsettings drauf. Sagen OK, wir möchten das verlassen. Sehen jetzt hier einmal, wie die Geräte miteinander verbunden sind. Und dann gehen wir einmal hier unten auf den Punkt About Controller. Und hier seht ihr jetzt einmal ST16, alle Informationen zur Fernsteuerung. Und hier unten alle Informationen zum Typhoon H. Und hier jetzt nochmal der Hinweis Version 1.14. Die 1.15 ist die aktuelle Version und die möchten wir jetzt haben. Deswegen tippen wir auf dem Screen einmal auf Update. Upgrade Firma will take longer time. Do you want to continue? Und ich sage, ja, das möchte ich. Jetzt wird einmal die Software entpackt. Das dauert einen kleinen Moment. Decompressing. Und wenn das erledigt ist, wird der Update-Prozess gestartet. Seht ihr, das steht jetzt bei 0%. Ja, das geht jetzt langsam los. 4% und so weiter. Das dauert einen kleinen Moment. Also da nicht ungeduldig werden. Bitte daran denken, vorher die Batterie vollladen und nicht mit einer leeren Batterie versuchen, das Update zu machen. Das betrifft sowohl die Fernsteuerung als auch den Copter. Ja, dauert einen kleinen Moment. 25% haben wir schon. So, endlich ist das Update fast vollständig. 99%. Copter hat sich auch schon gemeldet. Jetzt wird nochmal Gimbal Updating. Das heißt also, der Gimbal kriegt auch ein Firmware-Update. Das dauert auch nochmal einen kleinen Moment. Geht aber deutlich flotter vonstatten. So, und Firmware-Update, Success. Please restart aircraft. Also, das heißt einmal den Copter ausschalten. Ein paar Sekunden warten. Hier können wir die Meldung schon mal wieder wegdrücken. Und dann den Copter wieder einschalten. Wenn alles funktioniert hat, sollte er jetzt ganz normal starten. Das tut er auch. Nachdem das Firmware-Update also einmal auf den Copter aufgespielt wurde. Danach den Copter nach kurzer Wartezeit wieder einschalten. Das Ganze sieht dann so aus. Auch die Fernsteuerung, die könnt ihr anlassen. Ja, er hat hier kein GPS-Signal. Dauert dann wieder einen kleinen Moment, bis beides verbunden ist. Welcome Pilot, Kamera und Copter sind wieder mit der Fernsteuerung verbunden. Wir gehen dann wieder einmal auf System Settings, OK und einmal auf About Controller hier unten und sehen dann die Information, die wir genau haben wollten, nämlich Version 1.15. Das heißt, unser Update für den Typhoon H war erfolgreich gewesen. Das war also das Firmware-Update für den Copter. Einen Firmware-Update für die Fernsteuerung gibt es noch nicht. Ich gehe aber davon aus, dass das Ganze dann genau so funktioniert. Einziger Unterschied wird sein, dass die Micro-SD-Karte nicht hier in den Typhoon H reinkommt, sondern vermute ich mal vorne in die Fernsteuerung. Hier ist ja ein Micro-SD-Karten-Slot und da wird dann vermute ich mal die Micro-SD-Karte mit der passenden BIN-Datei reinkommen und dann genauso über diesen Update-Button das Firmware-Update gemacht. Da kann ich mich dann aber noch mal kurz zu melden und noch mal ein kurzes Video dazu machen. Die Grundzüge habt ihr ja jetzt schon mal, wie es funktioniert. Wichtig ist, Update des Copters, denn es gibt ein, zwei wichtige Punkte, die bei dem Update drin sind. Deswegen solltet ihr dieses Update machen. Das war es für heute. Ich hoffe, es hat euch ein kleines bisschen weitergebracht. Und bitte denkt dran, das Update auch tatsächlich zu machen und die Verbesserungen zu nutzen. Ansonsten sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss und Moin Moin. Tschüss und Moin Moin.